Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Spider-Man, einer neuen Aufnahmesession. Und ja, schauen wir doch einfach mal, was so abgehen wird. Los geht's. Komm schon, Spidey. Warte mal. Ah, okay. Er muss nach Hause und schlafen. Na gut. Wow, Moment. Nix, Freunde. Verbrechen gibt es nicht in meiner Stadt. Das machen wir zuerst, um uns wieder einzugewöhnen hier am heutigen Tage. Na. Schluss hier. Ich bin Spiderman. Nix. Jetzt gibt es hier erstmal aufs Maul. Wow, Brudi. Alles klar. Nix. Ihr könnt alle nix. Holy shit. Und tschüss, man. Wow. Der Typ nervt. Tschüss. Sag mal, Bruder. Was ist da los? Hier, zack. Einmal hier und weg damit. Und tschüss. Holy shit. Der ist stark. Und tschüss. Gebt mir volle Kanne auf den Sack. Fans. Und der ist auch mal eben down. Sehr schön. Ich hab das Kappssystem mittlerweile so intus. Ja. Krabbel wabbel. Halt deinen Maul. Du auch. Bruder. Was stimmt mit euch nicht? Was für den Arsch. Ey. Das ist jetzt nicht ganz so cool. Nett. Halt deinen Maul. Bullshit. Hä? Nett. Wo kommst du her? Arschloch. Halt doch die Goschen. Ich krieg hier auch nix, ne? Was ist denn los? Ach. Mach ihn halt so. Er hat sich grad selbst aufs Maul gehauen. Der Maul mit dich. Der Maul. Bounce. Sehr schön. Den Dealern die Seele aus dem Leib zu prügeln ist meine Anti-Droge. So sieht's aus, Spidey. Eine Nachricht an Yuri und die Cops sind unterwegs. Okay, Yuri, dann mach mal. Ich muss nochmal hier eben ein paar böse Jungs ausschalten. Denn, äh, ich brauch ein paar IP, glaub ich. Scheiße. So, ich brauch jetzt hier irgendwelche... Was war? Ich brauch jetzt hier irgendwelche Arschlöcher, die irgendwelchen Krawallen machen. Was? Was? Wo denn? Hier ist doch was passiert. Nein? Okay. Dann halt nicht. Komm schon. Gib mir doch mal, Matthias, ein bisschen Krawalle. What? Die Stadt ist sauber? Glaub ich nicht. Was ist denn hier los? Hä? Hier muss doch was sein. Hier ist nix mehr. Lol, die hab ich alle ausradiert. Das ist ja doof. Oh. Wo? Wo? Hier ist nix. Hä? Wo denn? Also hier ist kein Drogenhandel. Hi, Cops. Hier ist auch nix. Ja gut, wenn die Stadt schon so sauber ist, dann gucken wir mal, was hier unsere Hauptmission ist. Das bringt ja dann alle nix. Ich wollte noch ein paar... ...Leutchen vermöbeln. Aber mir gönnt man mal wieder nix. Ey, der kann so geil schwingen, ne? Kann ich das eigentlich schon kaufen? Das neue Schwingen. Geräte. What? Okay. Fertigkeiten. Ein Punkt verfügbar. Kosten zwei. What? Okay. Verteidiger ist ganz gut eigentlich. Brauche ich auch wieder zwei für. Was? Oh, hallo. Warte mal. Was ist der da mit? Nee. Äh, äh. Ja, gut. Alles grad ganz nett. Aber brauche ich grad eigentlich nicht. Komm schon, Spider-Man. Oh. Oh, 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 oh. Da haben wir was. Holy shit, wo? Ja, nice. Joku, 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 joku. Halt dein Baul, Mann. Tschüss. Du auch? Ja, bitteschön. Ohne Rückfahrschein. So, tschüss. Danke. Ein Dämon weniger. Mal, willst du mich hier am Boden hinrichten, du Penner? Mal, hast du mich gerade angegriffen? Oh, oh. Zurück an Absender. Danke. Und tschüss. Einmal so. Geht doch. Ciao. Loser. Wo ist der? Bruder. Schnauze voll. Halt dein Maul. Wow. Und tschüss, Mann. Oh, Bruder. Was stimmt mit dir nicht? Nein, Mann. Bitteschön. Oh, oh. Bist du dumm? Bämms. Scheiße. Und tschüss. Oh, da. Okay. Cool. Zurück an den Absender. Bämms. Denke, das war's. Hallo, okay? Die Dämon kämpfen wie besessen. Ja, ich weiß, dass ich euch immer den Arsch rette. Dafür bin ich ja auch. Freut sich, die Spinne aus der Nachbarschaft. Und weiter geht's. Ja, Mann. Nice. Und dabei war ich doch müde, ne? Anscheinend ja nicht. Nö, okay. What? Da hin. Okay. Eiche ist schon mal bei ihm. Okay. Ah, verdammt. Empire Sanitation. Eddie am Apparat. Ja, hi. Äh, ich versuche ein paar Sachen zu finden, die versehentlich aus einem Container vor meinem... Containernummer? Äh. Äh, Moment. Äh, 6, 4, 4, 7, 6. Route 33. Der Laster ist schon durch. Wenn ihr Zeug nicht da ist, haben sie Pech. Halt, halt, bitte. Es ist wichtig. Wissen Sie, wo der Laster jetzt ist? Äh, mal gucken. Okay, er sollte im Parkhaus stehen. Ecke Bowery und Grant. Okay. Danke, Eddie. Parkhaus. Bowery und Grant. Kein Problem. Okay. Dann holen wir mal unser Zeug, ne? Unfassbar, was Peter Parker über... Aber ich muss meinen Spidey-Stick finden. Kann ja nicht so schwer sein, einen kleinen Speicher-Stick in einem 30 Tonnen schweren Müllwagen zu finden. Äh, ist schon scheiße, was Peter... Die Forschung mehrerer Jahre ist auf dem Stick. Alles, woran ich seit der Highschool gearbeitet habe. Was Peter Parker immer so widerfährt. Meine Fresse. So. Ich mag den schwarzen Anzug. Ich bin Batman. Das ist nicht so schlecht. Was? Natürlich abgeschlossen. Die Leute könnten ja den Müll stehlen. Klar. Und jetzt wird er natürlich irgendwie wieder als, äh, Verbrecher von J. Jones und Jameson gebranntmarkt. Kennen wir doch schon. Ah. Oh, ich dachte, wir könnten da rein. Okay. Bitte sehr. Danke. Eh? Oh, ich dachte, wir können da rein. Hä? Ah, Moment. Da geht natürlich auch nicht. War klar. Moment. Hä? Warum? Das heißt, da wird kaputt gemacht. Hier sind zwei Türen. Ich komme hier nicht rein. Da traf ich jetzt gerade nicht. Da oben? Nee. Hier. Da. Hier. Nee. Was ist denn das? What? Ich komme hier nicht rein. Halt mal. Da. Meine Güte. Okay. Kein Grund zur Panik. Vielleicht haben sie den Müll noch nicht abgeladen. Doch. Nee. Nada. Ah. Jetzt ist Panik angesagt. Vampire Sanitation, hier ist Eddie. Sorry. Ist es möglich, dass der Laster gar nicht im Parkhaus steht? Klar. Ist möglich. Er kann überall im Westen von Chinatown sein. Sehr gut. Dann mache ich mich auf den Weg. Ja, geil. Unfassbar, ey. Die erst... Hey, es ist nur eine Vermutung. Aber die Jungs holen sich oft eine Pizza, bevor sie abladen. Echt? Ich werde bei den Pizzaläden nachsehen. Eine Idee, in welchem sie sein könnten? In irgendeinem kleinen Laden in der Nähe. Jerry's? Nein, zu weit nördlich. Ich meine, das alte Jerry's. Oh, ach so. Nein. Irgendwas mit L, glaube ich. Larry's? Ist an der East-Zeit. Äh, Leos. Leos? Ja, das... Moment. Ich glaube, ich sehe die Laster. Danke, Eddie. Es müssten einige Laster in der Nähe sein. Wow, der arme Typ. Wo denn? Was ist das? Ich war dir noch nie so da. Ich finde es so cool, ne? Ich sehe ja auch fesch aus. Da. Nein, mein Zeug ist nicht hier. Hier muss Eddie so ein anderer Laster sein. Scheiße. Da ist noch einer. Keine Spur von meinem Müll, aber... Was für ein interessanter Geruch. Bah. Die, sie sind meine einzige Hoffnung. Noch immer nichts, was? Sind sie sicher, dass sie hier sind? Die Jungs haben wohl die Route geändert wegen der Ausbaukontgebung. Wenn der Laster, der Route 35, ihren Müll abgeholt hat, ist er vielleicht gerade an der Müllverbrennungsanlage? Müllverbrennungsanlage? Drüben bei der Manhattan Bridge. Behalten Sie sich besser. Oh, shit. No. Unfassbar, ey. Ich bin eine Brennungsanlage. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Oh, oh. Sieht nach Ärger aus. Oh, Mann. Was machen hier denn Typen? Nein. Nein. Halt dein Maul. Tschüss. Geht mal weg. Danke, Spider-Man. Alles okay? Ja, danke. Diese Gang hat in letzter Zeit die gesamte Nachbarschaft terrorisiert. Vermutlich werden noch mehr herkommen. Ich werde aufpassen. Hey, kann ich ein paar persönliche Sachen raussuchen? Ja, klar. Nur zu. Ich mache mich an den Schadensbericht. Hier muss er sein. Bruder. Bruder. Bitte sei hier. Bitte sei hier. Ja. Ich hoffe, er funktioniert noch. Es ist wohl noch alles da. Sieh mal einer an. Ein alter Prototyp. Sieht fantastisch aus. Warum habe ich ihn nicht fertiggestellt? Ich glaube, das könnte gehen. Aha. Die Netzbomben. Interessant. Cool. Oh Mann. Oha. Das ist natürlich geil. Okay. Die Netzbomben sind halt echt gut, ne? Aber brauche ich die wirklich? Aber brauche ich die wirklich? Ich meine, guck mal. Hier ist Zeug. Das kloppe ich auf die Bastarde drauf. Da. Dann kloppe ich ihn so kaputt. Bruder. Jetzt mal Schluss hier. Babs. Babs. Okay. Nun ja, der Abend läuft nicht wie geplant. Wo soll ich schlafen? Ich könnte das bei MJ versuchen.